So, ich prophezeie, ist die Runde ich richtig steil. Mhm. Du hast echt eine niedrigere Ping als ich, warum? Vielleicht das LAN-Kabel. Oder weil ich hier in der Buchse hinten bin. Das sind die Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Fragen oder Fragen und keine Antworten. Ach, vielleicht sollte ich mir doch Profit nehmen, dann haben wir mehr Variabilität im Team. Weil wenn wir... Guck mal, wir haben nie Profit im Team, oder? Ist dieser Smiley, ist da auch kein Profit? Ist der Alchemisten halt. Oh crap, der sieht noch mal nicht. Oh fuck, der sieht mich. Oh fuck. Oh fuck. Da kommen wir. Tyrannim. Oh nice, kill. Ist das ein Unfall oder ein Gegner? Oh 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 oh, der ist low, der ist low. Fuck. Nice. Nice. Da schleichen sich so ein paar an zum Jumpen, also pass auf. Hm. Oh. Von der Richtung, also. Ich muss dann mal los. Ach, Investor ist einfach cool. Also, weil er ist nicht ganz invest, der Gegner kann einen schon noch sehen, aber... Ist trotzdem schon ziemlich immer. Ich hab keine ammo mehr. Ich bin nicht gut. Ja, immer bekommt man auch, wenn man sich halt. Krasse Sache. Okay. Oh, da ist ein... Hä? Oh, macht der da so komisch? Ach so, macht der da ausgeholt. Uh, wie wir dominieren. Klicker, 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 klicker. Ja, war gerade intens. Boah. Kann durch den Baum nicht durchschießen. Geht nicht schlecht aus. Warum geht denn der auf mich? Der hat doch auf den anderen umgeholt. Nein, geht auf mich. Der... Er frisst mich auch noch. Wie kann er nur. Hallo, die waren nicht geblendet, obwohl sie mich verfolgt haben. Ich hab's ja auf die Wand vor mich geworfen. Tja, vielleicht solltest du sie nicht direkt auf die Wand vor dich werfen. Ja, warum nicht? Schaut noch auf mich, wenn sie mich verfolgen. Jetzt sehe ich's nur noch auf den Boden direkt unter mich. Kommt, dann hat der zweite Runde gehüpft. Das geht, das geht. Ja, jetzt ist hier mein... ...mein Streak natürlich ein bisschen unterbrochen. Wo ich doch die Runde einfach nur abgehen wollte. Au. Genau. Ah, ne laden nach. Was ist das Ausrufezeichen eigentlich? Kein Plan. Vielleicht sieht er jemanden oder wird angegriffen oder ist gespottet worden. Alter, da hinten kämmt einer. Und ich treff ihn einfach nicht. Ich schütze die Leichen, sie dürfen sich nicht heim. Ich müsste ein Leichen-Anbrennen-Skill geben. Nice. Abgefischt. Oh, fuck. Hier ist noch ne Leiche zu beschützen. Oh, oh. Eins gegen eins gegen Tank. Oh yes. Na gut, er war schon ein bisschen low, aber trotzdem. Nein, er hat mich angesprungen. Er kam hier hin. Oh, er ist schon wieder angesprungen. Fuck. Hat er mich. Oh, fuck. Ah, gut. Zwei Leute springen einen Krieger an der Arm. Ah. So ein Dreck. Oh, zerfetzt. Einfach mal auf die Leichen schießen, wenn vor allem eine Leiche auftaucht. Ja, dann mach ich auch immer so einfach blind rein. Wird hier schon irgendwann dran versuchen zu heilen. Oh, zwei Tanks bei mir. Oh, shit. Oh, shit. Wreckt. Was hab ich denn nicht gebrauchen? Nein, ich muss nachladen. Oh, jetzt hab ich den Orts noch erwischt. Oh. Oh. Ich will jetzt hier nicht heilen. Kannst du dich umgesteckt. Oh, crap. Oh, crap. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Nein. Scheiße. Oh, what. 7-3, ist mir doch okay. Okay. Nice. Also wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Sobald wir 19 kills haben, dann ist es geboren, glaube ich ja. Okay. Ich geh direkt auf Reaver. Ist ja aber auch egal. Ich kann es mir sogar so leisten. Ist das hier weiter. Ich bin so cremig und ich hab so große Hände. Hm. Tja. Sind nicht wirklich scharf. Fragt sich, wie die das Gesicht rausreißen. Naja. Ich mein, wenn sie danach, weißt du, nachdem sie tot sind, die Kraft haben, denen das Genick umzubrechen, also das Genick zu brechen, so rum, dann könnten sie das ja eigentlich auch direkt machen, oder? Ich mein, wäre doch effizienter, als mit den Stümmelhandschuhen da ins Gesicht zu hacken. Also nur so eine Idee. Weil wären die sicher. Noch. Achso. Manche wollen nicht sterben, oder wie. Genau. Warte mal. Ich bring mich in Posi. Die sind bei mir. Oh, da hinten will einer rennen. Nein. Und bei einembrechen. Mhm. Ich bin so wichtig. Warte voll. Warte mal als Kessel gestorben. Aber egal. Sechseln Damage. Das heißt, ich hab eine Infektion an drei Leute weitergeleitet. Nur, dass du hier keinen infizieren kannst. Oh, das geht schon. Fazit zu nachts. Tun hier immer Cluster. Aus Machinen. Das heißt, wir infizieren dich zwangsläufig. Das war mein Kill, goddammit. Das hab ich ausgeklickt. Ich öffne mich ein. Nein, das war mein Kill. Goddammit. Nom 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 nom. So viel besser. Nom 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 nom. Boah, die da unten werden so sterben, ey. Nice. Einen von denen gönne ich mir. Uh, ich hab mich unter dem Schuss vom, vom, äh, Scout runter durchgeduckt, während ich fraß. How convenient. Oh, da läuft's aber. Oh, da läuft's aber. Achso, mit F werde ich an Targetable. Und mit Q mache ich eine Seuche, die im Umkreis Schaden zufügt. Und mit Rechtsklick lege ich mich so nieder und schau dann, wen ich anhüpfen kann. Wobei ich einen hab, bring ich drauf mit Linksklick. Ja, das sind so die, äh, Skills, die ich hab bis jetzt. Wie wir durchsteigen. Wie wir durchsteigen. Das Spiel sieht auch schon schick aus, muss ich mal aussagen. Anvil Engine. Ja, das ist so gut. Wie wir durchsteigen. Weil wer, wer keine Kills vergibt, der hat schon halb gewonnen. Ja, das ist halt... alles stirbt bevor ich ankomme oh crap oh nice hat mich nicht getroffen alter da unten die Doppellache eh der Damage er poppt nein oh ich bin ins Feuer gelatscht nicht so klug nicht gut nicht so klug nicht das ist aber ein lecker schmecker findest du nicht auch keine Ahnung wo sie gespawnt sind ja ich seh es äh ich hab mich gerade was angegriffen aber ich weiß nicht ob es keiner war oder mehrere oh ja da sind mehrere ja du hast schon wieder du pisser immer zum last hitten kommt er ja das hast du wohl verdient sehr wohl verdient nein 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 mit mir oh fuck was auf der drinnen essen ach das ist einer von uns mann gegen dir bin ich nicht rein zum essen haften ach essen fassen oh 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 yes wird double kill jetzt auch oh das tut aber ganz schön weh ich muss erstmal hier um die Ecke mit ein bisschen private time gönnen ja ist das ein geschlachter ah es hat mich gefangen ja hast du gedacht den kannst du jetzt wieder schnell schnabulieren ja aber nee nee oh crap ich seh nichts ich seh nichts uuuh uuuh gesnippert bin ich geworden das war mein erster tot mann 11-1 na Sascha kannst du da mithalten tja locker aber nicht in dem game ich hab den DC mal spielt er ist bekanntlich der allerbeste von allen ja das ist auch ganz nice das hat jetzt x3 und du hast ziemlich viel damage gefahren naja naja immerhin 4 nicht nur die Hälfte von 2 als schlechtesten ich dachte jetzt 11 irgendeiner hat doch 11 ja der Civa kann man eigentlich nur spielen wenn es eh schon gut läuft ja jedenfalls mit den standard Sachen ach ach warte was auch kann ich hier nicht hoch klein ach was schon wieder mich au 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 hehehe ausgeträgst nice mein kill hehehe alter 30 18 30 10 nice das war mal hier eine gebührende Einleitung aber gut die Erklärung habe ich nur mehr in der ersten Runde gemacht und da schneidest wahrscheinlich dann nachher zusammen 12 1 5 nice dann sieht man aus wie du immer auch in würdest ja genau Editing ist ja das number one tool zum immer gut sein ja also gut damit irgendwie zu schauen ich kann nicht einkaufen das dann das